Ich schenke Dir jetzt einen Moment, der nur Dir gehört, einen Moment, der so frei von Sorgen sein wird, wie ein strahlend blauer Sommerhimmel frei von Wolken ist. Alles wird still um Dich herum sein, wunderbar still, so still, dass Du endlich Dein Herz hörst. Es wird Dir sagen, was wirklich gut für Dich ist. Dich erwartet die wunderbare Erfahrung, dass Du Dich mit Deinem Herzen verbindest. Alle anderen Gedanken, die nebensächlichen, die alltäglichen, die werden sich auflösen, die werden sich verlieren. Du hast jetzt nur noch eine Aufgabe, nämlich Dich um Dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Und genau das hast Du Dir schon lange, ganz lange verdient. Mein Name ist Martin Wehle und ich begleite Dich auf dieser wunderbaren Reise. Vielleicht spürst Du schon, wie sehr sich Dein Körper nach dieser Entspannung sehnt. Und mit jedem neuen Atemzug, den Du nimmst, strömt mehr Gelassenheit in Deinen Körper. Spür einmal, wie sich diese Gelassenheit in Deinen Füßen und Beinen ausbreitet. Wie sie dort warm und kribbelnd strömt. Immer schwerer werden Deine Füße und Beine. Du atmest ein und Gelassenheit durchströmt Deinen Körper. Und Du atmest aus und spürst, wie Du alles loslässt, was Dich jetzt von einer vollkommenen Ruhe noch abhält. Und Du atmest ein und Du spürst, wie diese große Gelassenheit durch Deine Hände und Arme fließt. Wie sie wärmer und schwerer werden. Schwerer und wärmer. Und Du atmest aus und spürst, wie sich Dein Gesicht und Deine Stirn immer mehr entspannen. Du atmest ein und diese warme Gelassenheit fließt durch Deine Brust, fließt kribbelnd durch Deinen Bauch, fließt kribbelnd durch Dein Becken und durch Dein Gesäß. Und sie fließt auch durch Deinen Rücken. Wenn Du auf Dein Gesicht achtest, wirst Du feststellen, dass Deine Gesichtszüge jetzt so locker geworden sind, dass sie mit dem restlichen Körper, dem Hals, der Brust, zerfließen. Dein Körper ist jetzt so schwer geworden, dass er mit der Unterlage verschmilzt. Du genießt diese Ruhe, diese Stille, diese absolute Gelassenheit mit jeder Zelle Deines Körpers. Und jetzt, jetzt stelle ich Dir eine ganz wichtige Frage. Ist Dir eigentlich klar, wie kostbar Du bist? Ist Dir klar, dass Du ein Mensch bist, wie es ihn auf dieser Erde noch nie gegeben hat? Ist Dir klar, wie viel Liebe aus Dir in die Welt strömt, mit jedem Lächeln, mit jedem Wort, mit jedem Gedanken? Machst Du Dir wirklich bewusst, wie rein Deine Seele ist, wie gut und wie einmalig? Und spürst Du wirklich all die positive Energie, die seit dem ersten Tag Deines Lebens durch Deinen Körper und Deinen Geist fließt? Diese positive Energie, die alles auf der Welt bewegen kann, die dem Meer die Ebbe und die Flut bringt, die am Himmel die Sterne und den Mond entflammt. Diese positive Energie, die in allem Leben wohnt, spürst Du, dass all diese positive Energie, all diese Liebe der Schöpfung auch durch Dich fließt? Oder kann es sein, dass Du im Laufe der Jahre verlernt hast, Dich selbst zu lieben? Kann es sein, dass Du vergessen hast, wie perfekt und wie einmalig Du als Mensch bist, ohne etwas dafür tun zu müssen? Ist Dir vielleicht entfallen, wie viel Liebe Du jeden Tag der Welt schenken kannst, den anderen schenken kannst und auch Dir selbst schenken kannst? Und wenn ja, warum bist Du nicht mehr rund um die Uhr, erfüllt von dieser positiven Energie? Warum lässt Du Deine Einmaligkeit nicht mehr im vollen Umfang zu? Warum lässt Du es nicht mehr zu, der großartige Mensch zu sein, der in Dir angelegt ist? Was genau bremst Dich? Woher kommen diese Zweifel? Woher kommen die Schmerzen? Woher kommt die Kritik, die Du an Dir selber übst? Und kann es sein, dass Du keine Lust mehr hast, diesen Kampf gegen Dich selbst fortzuführen? Keine Lust mehr, Dich selbst so oft zu kritisieren? Keine Lust mehr, am laufenden Band Deiner eigenen Gefühle abzuwehren? Denn viel zu oft hast Du Dich selbst verneint, hast Du Deinen eigenen Seelenfrieden verhindert. Und wenn Du jetzt genau in Dich hineinhorchst, in diese Stille, die sich immer mehr ausbreitet, dann wirst Du spüren, Du sehnst Dich danach, Dich selbst so zu nehmen, so zu akzeptieren, wie Du jetzt gerade bist. Du verspürst die große Sehnsucht, mit Dir selbst Frieden zu schließen. Denn warum solltest Du keinen Frieden mit Dir schließen? Warum solltest Du nicht mit Dir im Reinen sein? Es wird Dir sofort einleuchten, dass Du stärker wirst, wenn Du zu Dir selber stehst. Dass Du glücklicher wirst, wenn Du Dich nimmst, wie Du bist. Dass Dein Leben dann leichter wird und erfüllter wird. Und jetzt lade ich Dich ein, mich an jenen Ort zu begleiten, wo der Frieden Deiner Seele wohnt. Es ist ein Raum, der nur für Dich geschaffen wurde, ein Raum voller Selbstliebe, ein Raum voller Seligkeit, ein Raum voll des Glücks. Und jetzt, wenn Du Dich jetzt ganz intensiv konzentrierst, wirst Du eine Türe sehen, eine Tür, die zu diesem Raum führt. Wie sieht sie aus, diese Tür? Welche Farbe hat sie? Wie groß ist sie? Und woher weißt Du so genau, dass sich etwas Wunderbares dahinter verbirgt und auf Dich wortet, nämlich Dein innerer Friede? Und auf dieser Tür, schau ganz genau hin, dann siehst Du es. Auf dieser Tür steht in großen Buchstaben ein Satz. Lass alles zu, nur dann öffnet sich diese Tür. Lass alles zu, nur dann öffnet sich diese Tür. Und du verstehst, was damit gemeint ist. Ganz egal, was Du jetzt auch denkst oder fühlst, es ist gut so. Du hörst auf, gegen Dich selbst anzukämpfen. Du begrüßt Deine Emotionen, ob sie erwünscht sind oder nicht. In diesem Raum ist alles erlaubt, jeder Gedanke und jedes Gefühl. Du darfst sie einfach kommen und gehen lassen. Nichts ist gut und nichts ist schlecht. Alles ist einfach nur. Gedanken kommen und gehen wie Dein Atem. Sie kommen und sie gehen von allein. Aber Du, Du bleibst. Vielleicht kritisierst Du Dich selbst zu oft. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt einen Anteil in Dir, der Dich vor Fehlern schützen will. Einen Anteil, der als Kind selbst kritisiert und verletzt wurde. Es ist gut, wenn sich dieser Anteil zu Wort meldet. Dann kannst Du ihn trösten. Vielleicht zweifelst Du oft daran, ob Du gut genug bist. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt da einen Anteil in Dir, der Dich zu besonderen Leistungen anspornen will. Einen Anteil, der schon als Kind sich nach Anerkennung gesehnt hat. Vielleicht vergeblich gesehnt. Es ist gut, wenn sich dieser Anteil zu Wort meldet. Dann kannst Du ihn anerkennen und streicheln. Und vielleicht denkst Du oft darüber nach, was alles in Deinem Leben nicht perfekt klappt. Es gibt da einen Anteil in Dir, der unbedingt möchte, dass die Dinge gut laufen. Einen Anteil, der schon als Kind alles, alles richtig machen wollte, obwohl er sich nicht perfekt gefühlt hat. Es ist gut, wenn sich dieser Anteil zu Wort meldet. Dann kannst Du ihm sagen, wie perfekt er jetzt schon ist. Alles, wirklich alles, was Du denkst, verfolgt einen positiven Zweck. Und weil Du jetzt alles zugelassen hast, darfst Du den Raum Deines Seelenfriedens betreten. Drück jetzt die Türklinke und geh langsam in diesen tollen Raum. Wie sieht er aus, der Raum Deines Seelenfriedens? Wie hell oder wie dunkel ist er? Und wonach riecht es? Woran genau merkst Du, dass Du hier endlich zur Ruhe kommen darfst? Und wie fühlt es sich an, dass Du jetzt all Deine Gedanken, all Deine Gefühle akzeptierst? Genieße es, im Raum Deines Seelenfriedens zu sein. Und genieße es, dass Du aufgehört hast, Deinen eigenen Frieden zu verhindern, indem Du gegen nützliche Gedanken gekämpft hast. Genieße die Erkenntnis, dass Du wie ein Himmel bist, ein wunderbarer Sonnenhimmel und dass Deine Gedanken nur vorüberziehen. Du bist nicht identisch mit Deinen Gedanken. Du bist das Eine, das Bleibende, das Große. Und Deine Gedanken, die sind vergänglich, sehr, sehr vergänglich. Und jetzt, in diesem Raum des Seelenfriedens, jetzt merkst Du, dass Du größer bist als Deine Zweifel, größer bist als Deine Sorgen. Dass die Herrlichkeit der Welt in Dir angelegt ist. Die Helligkeit der Sonne strahlt auch aus Dir und Deiner so reinen Seele. Die Unendlichkeit des Universums spiegelt sich an der Unendlichkeit der Liebe, die in Deinem Herzen angelegt ist. Und die Kraft von Ebbe und Flut findest Du in Deiner eigenen Energie, dass Du immer wieder in Deinem Leben anziehst, was Du wirklich brauchst. Die Dein booster Seelen her, das ist eine Umwelt, dass Du immer wieder in Deinem Leben anziehst, dass Du Liebe anziehst. Dass Du Glück anziehst. Dass Du Menschen anziehst, die Dir gut tun. Die aber schließt man in Deinem Leben und ideest du Menschen. Wenn du Frieden mit Dir selber schließt. Bist du eine Macht, die nichts und niemand bezwingen kann, eine himmlische Macht, ein göttliches Wesen, einfach nur vollkommen. Vollkommen ist dein Körper, denn er trägt dich und versorgt dich mit Sauerstoff und vollkommen ist auch dein Geist, denn er trägt dich und versorgt dich mit Gedanken, die dir gut tun. Genieße dieses Gefühl, dass du so rein bist, dass du so gut bist, dass du eins bist mit dir selbst. Und jetzt hast du die Chance, dir selbst zu sagen, wie wunderbar du bist. Sprich mir in Gedanken das jetzt nach. Ja, ich bin die Vollkommenheit, denn ich bin ein Teil dieser wunderbaren Erde. Ja, ich bin unendliche Liebe, denn ich bin ein Teil der wunderbaren Liebe auf der Welt. Ja, ich erkenne in allem, was in meinem Leben geschehen ist, das Göttliche und das Gute, auch wenn ich es nicht in jedem Fall sofort verstanden habe. Ja, ich sehe in allem, was ich fühle und denke, den Kern des Guten, denn das Gute liegt wie ein ewiger Sonnenstrahl über meinem Leben. Ja, ich erkenne an, dass ich ein einmaliger, ein unglaublich wertvoller Mensch bin. Ja, ich bin gut zu mir, gut zu meinem Körper, gut zu meiner Seele und gut zu dieser Welt. Und ja, ich erlaube mir das Glück. Und ja, ich erlaube mir die Liebe. Und ja, 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 ich erlaube mir, meine eigene Einmaligkeit zum Strahlen zu bringen. Achte jetzt darauf, wie dieses Strahlen deiner Einmaligkeit, dieses helle Strahlen deiner Liebe, den ganzen Raum deines Seelenfriedens in ein herrlich angenehmes Licht taucht. Es ist ein Licht, das durch deinen Körper fließt, ein Licht, das dich reinigt und unglaublich frei macht. Du kannst dieses Licht einatmen und du kannst spüren, wie es durch deinen Körper strömt, wie es auf deine Brust und dein Herz zustrebt und wie es dein Herz, dein wunderbares Herz mit Liebe erfüllt, mit einer großen Liebe erfüllt. Und diese Liebe ist stärker als alles, was du je empfunden hast. Sie ist reiner als alles, was du je empfunden hast. Spür diese Liebe, die dich eins macht mit dir selbst. Spür diese Liebe, die dich mit allem verbindet. Spür diese Liebe, die immer, immer schon in dir war. Du bist gut so, wie du bist. Und in diesem Moment hast du es zum ersten Mal richtig verstanden, so intensiv verstanden, so tief verstanden, dass du es dein ganzes Leben lang behalten wirst. Jetzt, jetzt bist du angekommen bei dir. Angekommen in deinem Seelenfrieden. Angekommen in deiner Mitte. Genieße dieses wunderbare Gefühl eine Weile und beobachte, wie es sich mit dem Licht in dir ausbreitet und wie es dich in der Farbe deines Seelenfriedens leuchten lässt, wie einen Stern im Universum immer heller leuchten lässt, am Himmel dieser Welt leuchten lässt. Genieße noch einmal, was du gerade erlebt hast. Wenn du magst, darfst du jetzt lächeln und dir vorstellen, wie du dich streichelst voller Liebe, deine Haut streichelst, deine Seele streichelst, dein Herz streichelst. Du bist gut so, wie du jetzt gerade bist. Lass diesen Moment noch etwas auf dich wirken. Und jetzt, jetzt nimmst du den Raum deines Seelenfriedens einfach in deinen Alltag mit. Ich zähle rückwärts von 5 und mit jeder Zahl kommst du etwas mehr in deinem realen Tag an. 5. Spür die Unterlage, auf der du liegst oder sitzt. 4. Hör die Geräusche um dich herum. 3. Bewege deine Finger und deine Zehen. 2. Denk an etwas, was jetzt gleich anliegt. 1. Öffne die Augen und komm zurück in deinen realen Tag und spüre, dass du all diese Energie und diesen Seelenfrieden aus der Reise mitnehmen kannst. Erst recht, wenn du immer wieder in diese Meditation zurückkehrst, zum Beispiel vom Einschlafen oder am Morgen zum Tagesstart. Und wenn du magst, dass ich dich 365 Tage im Jahr mit wertvollen Impulsen und kleinen Aufgaben begleite, Aufgaben, an denen du sehr wachsen kannst, dann nutze jetzt mein Geschenk, das kostenlose Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort verrate ich dir, wie du mit nur 3-4 Minuten Aufwand am Tag endlich der Mensch werden kannst, der in dir angelegt ist. Das Videoseminar ist für kurze Zeit noch kostenlos. Klick es jetzt an und ich verrate dir alles über diese wunderbare Methode. Bis zum nächsten Mal. Genieße deinen Seelenfrieden. Dein Martin Wehrle Dein Martin Wehrle Dein Martin Wehrle Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020